Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein Klopfen an der Tür. Ein kleiner, dicker Mann steht für draussen. Der Zierpungsdirektor macht die Tür auf und fragt, was hast du denn da? Der Kleine sagt, er möchte sich gerne bewerben. Er sagt, also komm rein, seht's doch. Vor dem Tisch, der Kleine, ist hergekommen und der Zierpungsdirektor sagt, und was kannst du? Der Kleine hat gesagt, ich habe fünf verschiedene Tieren. Nein, der Lachen hat gesagt, nein, das glaub ich nicht. Wusstet ihr, den Menken pro Woche kommt, wenn ich erzähle, er könne dich imitieren? Nein, ich lasse dich jetzt. Packet dein Zeug, hört zur Tür aus und verreiset. Der Kleine hat aufgestanden, hat das Fenster aufgetan und ist davon geflogen. wie vor dem Tisch ist es für einjis. Wenn wir dann gehen, dann kommt auf den Weg, der Tür schießt einfach so, hier. Ich lasse dich zum Schluss. Dann wird da ein wenig verwe Bardi für die Zeit genommen. Aber wenn wir fast darauf gelassen, Dann wird das Fenster mit der Türpaus. Dann wird das Fenster mit der Tür. Vielen Dank.